Das Antlitz Sein Antlitz scheint zuerst das eines Bauern. Lehmfarben, fast schmutzig, falten sich die eingesunkenen Wangen, zerpflügt von vieljährigem Leid, dürstend und versenkt, spannt sich mit vielen Sprüngen die rissige Haut, der jener Vampir zwanzigjährigen Siegtumsblut und Farbe entzogen. Rechts und links starren zwei mächtige Steinblöcke, die slawischen Backenknochen heraus, den herben Mund, das brüchige Kinn, überwuchert wirrer Busch von Barth. Erde, Fels und Wald, eine tragisch elementare Landschaft, das sind die Tiefen von Dostoevskys Gesicht. Alles ist dunkel, irdisch und ohne Schönheit in diesem Bauern- und beinahe Bettlerantlitz. Flach und farblos, ohne Glanz dunkelt es hin, ein Stück russische Steppe auf Stein versprengt. Selbst die Augen, die tief eingesenkten, vermögen aus ihren Klüften nicht diesen mürben Lehm zu erleuchten, denn nicht nach außen schlägt klar und blendend ihre gerade Flamme, gleichsam nach innen ins Blut hinein, brennen zehrend ihre spitzen Blicke. Wenn sie sich schließen, stürzt der Tod sofort über dies Gesicht, und die nervöse Hochspannung, die sonst die mürben Züge zusammenhält, sinkt nieder ins lethargisch Unbelebte. Wie sein Werk ruft dies Antlitz erst das Grauen vom Reigen der Gefühle auf, dem sich zögernd scheu und an leidenschaftlich in wachsender Bezauberung Bezauberung, Bewunderung gesellt. Denn nur die irdische Niederung, die fleischliche seines Antlitzes, dämmert hin in dieser düster erhabenen, naturhaften Trauer. Aber wie eine Kuppel, weißstrahlend und gewölbt, hebt sich ragend über dem engen bäuerischen Gesicht die aufstrebende Rundung der Stirne. Aus Schatten und Dunkel steigt blank und gehämmert der geistige Dom. Harter Marmor über den weichen Lehm des Fleisches, das wüste Dickicht des Haares. Alles Licht strömt in diesem Antlitz nach oben, und blickt man in sein Bild, so fühlt man immer nur sie, diese breite, mächtige, königliche Stirne, sie, die immer strahlender leuchtet und sich zu weiten scheint, je mehr das alternde Antlitz in Krankheit vergrämt und vergeht. Wie ein Himmel steht sie hoch und unerschütterlich über der Hinfälligkeit des gebrästigen Körpers, Glorie von Geist über irdischer Trauer. Und auf keinem Bilde leuchtet dies heilige Gehäuse des sieghaften Geistes glorreicher als von jenem des Totenbettes, da die Lieder schlaff über die gebrochenen Augen gefallen sind, die entfernten Hände, fahl und doch fest, das Kreuz gierig umfassen, jenes arme kleine Holzkruzifix, das einst eine Bäuerin dem Zuchthäusler schenkte. Da strahlt sie wie morgens die Sonne über nächtiges Land nieder auf das entseelte Antlitz und kündet mit ihrem Glanz die gleiche Botschaft wie alle seine Werke, daß der Geist und der Glaube ihn erlösten vom dumpfen, niederen und körperlichen Leben. In letzter Tiefe ist immer Dostoyevskys letzte Größe, und nie spricht sein Antlitz stärker als aus seinem Tod.